Das ist die D-Major, D-Dur-Klangbeispiel. Klingt also lange, schön und kräftig nach. Mit den Fingern angespielt kann sich das so anhören. Und wenn man das Instrument anfasst, merkt man, es vibriert gut. Wenn man da die Füße dran hätte oder es auf dem Körper stehen würde, würde es auch eine schöne Übertragung der Schwingung geben. Du kannst es auch vollflächig anspielen. Um es so ein bisschen perkussiver zu bearbeiten. Ein sehr schönes Instrument. Probiert es mal aus.